Hallo und herzlich willkommen bei Temptacube. Das ist Nex und das ist Esch und das hier ist die Personal Price Machine. Das ist die Jahrmarktmaschine. Personal Price Machine heißt also, hier kannst du deinen persönlichen Preis aus der Maschine rausholen und du auch einfach durch geschicktes Hantieren hier an den Knöpfen vor und zurück ziehen, nach links und rechts und nach oben und unten. Das ist die Grab-O-Matic, da stand es drauf hier. Grab-O-Matic Personal Price Machine. Da müssen wir nur noch ein paar schöne Preise einfüllen und dann geht es los mit unserer Jahrmarkt-Show. Genau, aber jetzt erst mal ab zum Intro. Ab zum Intro. Temptacube. Temptacube. Das ist Nex und das ist Esch. Temptacube. Temptacube. So, jetzt wollen wir die mal aufmachen. Ich freue mich ja schon gleich darauf, der Erste zu sein, der da dran ist und seinen Preis raus holt. Ich bin der Erste. Ich bin der Erste. Wer ist denn nun der Erste? Der Jüngste. Der Jüngste. Auch immer fängt der Jüngste an. Der Wittlerste. Der Jüngste. Und jetzt kommt sie raus. Die Personal Price Machine. Wie groß ist die denn? Ja. Da warst du einiges rein. Wow. Nicht mehr lange und es geht los und wir holen unsere Preise da raus. Ja. Da ist das Geld, das wir brauchen. So, Max, versuch dich mal am Batteriefach. Und, klatsch. So, Max, guck mal rein hier. Drei große Batterien brauchen wir. Und hier sind die drei großen Batterien. Bitteschön. Weißt du was? 24 Münzen sind dabei. Da sind die Münzen. 24 Stückchen, das habe ich durchgezählt. Und, es gibt alles 20 Cent mit dem Clou oder gibt es auch andere? Da sehe ich 50 Cent. 10 Cent. Hier sind 10. Sortier die mal. Nach 10 Cent, 20 Cent und, ich habe vorhin gesehen, das ist 100 Cent, das ist ein Dollar. Aber das macht nichts. In den Automat passt das ja rein. Okay, Deckel zu und los geht's. So, das habe ich jetzt sortiert. Direkt her. 20 Cent, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Hier sind alle 50er. Und hier sind alle 10er. Perfekt, gut gemacht. So, und jetzt gehen wir mal hier zu unserer Maschine. Wir müssen ja am Greifarm hier oben nochmal die Folie entfernen. Dafür tust du mal hier oben in das Fach rein. Und dann machst du mal die Folie ab. Soll ich dir jetzt in das reinschweifen und dann mit dem Greifautomaten mal ruhen? Ne, jetzt ist ja Max da. Noch willst du ihm in die Nase kneifen? Ja. Also ich glaube, da ist irgendwie eine Transportsicherung, ne? Ja. Und jetzt musst du auch nochmal die Folie runter. So Männer, jetzt haben wir das Gerät soweit fertig. Die Batterien sind drin. Jetzt musst du aber auch irgendwas nochmal da rein, was wir da rausholen, ne? Ja. Und, was nehmen wir? Stickys. Stickys. Denn rein damit. Da oben zieht man so eine kleine Luke auf. Dann kann man den automatisch füllen. Wir nehmen jetzt mal ein paar Stickys dafür zum Ausprobieren. Da passen mit Sicherheit auch noch andere Sachen rein. Ja. Ich fang an. So, und jetzt müssen wir uns hier ein bisschen Geld nehmen. Und das Geld wird hier in den Einwurfschnitts reingesteckt. Wenn man loswerft. Ich nehme 50 Sekunden. Ich weiß nicht, ob der Wert der Münze irgendwas mit der Laufzeit zu tun hat, wie lange man da rumdrehen kann. Steck einfach was rein und los geht's. Einfach. Los geht's. Und, hast du was geschlappt? Ne, nochmal runter. Und nochmal runter. Ne, nochmal hoch wieder. Und in die andere Richtung, nach oben. Guck mal, hier musst du nach oben loswerden. Nochmal. Ein bisschen hier zur Seite. Und dann runter. So. Oh, sie haben nichts gewonnen. Der nächste ist dran. Guck, wenn ich das noch brauche. Oh, bist du traurig jetzt? Du musst nicht traurig sein, Mäuschen. Hey, das machen wir gleich nochmal und dann gewinnst du was. Komm, jetzt. Der nächste. Komm, Max. Rein. Max hat was gewonnen. Applaus. Ich würde sagen, ey, guck mal, Max gibt dir einen ab. Und jetzt bist du nochmal dran, Mäuschen. Jetzt willst du auch was daraus, ne? Einmal was reinschmeißen. So, richtig reinstecken. Sonst nimmt man einen zweiten nochmal und drückt da ein bisschen nach. Kann das sein, dass da noch einer dazwischen ist? Das ist halt der Sensor, ne? Der Sensor ist gar nicht an. Nein, du guck mal. In die Mitte. Ja, da. Ja, da. So? Oh, nach. So? Oh, nach. Hey! Guck mal, jetzt hast du auch was gewonnen. Vorletztes Jahr gab es die. Letztes Jahr gab es die. Das ist noch einer von den alten Stickies. Mit der Rakete. Bestimmt kommen jetzt im neuen Jahr auch wieder neue Stickies. Gucken wir mal, ne? Weißt du was? Da, diese Pyramide da. Pyramide? Das ist eine Pyramide. Okay. Und die ist auch aus dem Jahr, wo der gekommen ist, als er gekommen ist. Haha, okay. So, ich würde sagen, willst du nochmal? Ja. Ach so, erst zweimal, du zweimal. Genau. Applaus! Da hast du ja einen großen Applaus bekommen, ne? Mhm. Also, wie sieht's aus mit der Maschine? Ist die gut? Warte, jetzt haben wir beide zwei Probleme. Nochmal, dann lass ihn noch. Also, wir spielen jetzt noch ein bisschen weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Jauch, schreibt uns Kommentare. Wer möchte, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Google+. Der Link dazu steht unten in der Videobeschreibung. Abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal! Tipptac Tune Das ist.. Das ist Esch. 名c! Tipptac Tune Tipptac T過 Keinheit! 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 Keinheit!